Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raft. Hallo. Mein Fass. Hast du gut gemacht. Was haben wir in unseren... Hallo, unsere Ananas ist jetzt... So, erstmal ernten. Hier, das kannst du auch alles ernten. Oh, nice. Moment, Ananas-Samen. Die Ananas kann ich ja wahrscheinlich nicht reinflossen. Achso, ich musste mich ums Essen kümmern, ja, weil ich wieder... Ey, wieso hab ich sechs Kartoffeln? Braucht frisches Wasser. Oh, shit. Kartoffeln. Rohe Kartoffelpflanzen. Ist ja aber voll unlos. Warte, jetzt kriegt man wirklich mehr raus, wie man rein tut, oder? Was meinst du? Mit dem Erntnuss? Ja. Jaja, genau. Da kriegt man schon mehr. Weil ich hab jetzt fünf Kartoffeln gehabt, eine hab ich da reingesandert, jetzt hab ich noch vier und ich müsste dann über fünf haben, normalerweise. Normalerweise, ja. Soll ich dann da auch Kartoffeln ernten, oder hast du noch irgendwas anders? Haben wir noch irgendwelche... Ähm, ich hätte noch rote Rüben. Ja, dann hau die hier rein, oder? Ja, genau. Dann alles bewässern. Haben wir Wasser? Nee, warte, ich bin grad hier am... Ah, wir brauchen einen größeren Grill, also das nervt mich hier grad. Ja, das ist das erste, was wir, glaub ich, machen müssen, ey. Du hast nen Fass. Ah! Tja. 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 Wir müssen mal, äh, ich glaub irgendwie in die Richtung wechseln, weil... Irgendwie das Netz, das geht jetzt so seitlich, das ist richtig doof. Ja, wir müssen mal schauen. Kann man da drin? Man kann so'n... Man kann so'n Wimpel irgendwie bauen, da weiß man, wo dann der Wind herkommt. Kann man das dann vielleicht besser steuern? Wimpel. Da. Wie viel kostet die denn? Ich hab schon gebaut. Ah, passt. Geil. Ja. Moment. Hallo! Geht er weg. Scheiße. Wir brauchen unbedingt ne Vogelscheuche. Anders geht's nicht. Haben wir die schon bauen? Ja. Glaub schon. Schauen wir mal kurz... Vogelscheuche, da. Soll ich sie bauen? Ja, ich baue sie mal kurz. Zack. Ach da, Vogelscheuche. So, dann baue ich sie. Wo baue ich sie jetzt am besten? Anbaufläche. Aha. Reiniger. Planke. Glas. Jetzt brauchen wir Glas. Scheiße. Kann man Glas herstellen? Ne, ne? Nö, natürlich nicht. Komm, 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 komm. Planke. Schrotte. Ja, stimmt. Die Netze sind irgendwie grad nicht so effektiv. Das ist schon ein bisschen, aber dadurch, dass wir halt quer fahren, heißt das ist voll blöd grad. Wir können ja dann eigentlich glück sagt echt... Ah! Nein, du dummer Hai. Oh Mann. Warte mal, kannst du ein Haiköter bauen? Und dann? Das heißt doch dann theoretisch eigentlich, dass das dann vielleicht abgelenkt wird dadurch. Oh, ich bin grad am verhungern. Ja, ich auch. Ich hab auch grad was gegessen. Ich tue erstmal, musst du unbedingt was trinken oder kann ich die... Hey, du hast die ja schon bewässert, oder? Ne. Ja, hab ich schon. Achso, ja dann trinke ich. Fülle ich gleich noch auf. So. So. Wir müssen mal ein bisschen Seil... Schanier... Ah, ja. Ähm. Wenn ich jetzt Seil herstelle... eins, zwei, drei, vier... So eine andere Spring aber eigentlich nicht im Verhältnis zu mir... Bleib! Eh, wir haben doch hier... ...ne Vogelscheuche. Ist die nicht effektiv gekommen? Vielleicht irgendwie anders hinstellen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Blanke, Schrott. Hast du Schrott? Drei Stück? Irgendwo? Schrott? Schrott? Ich hab 16 Stück, ja. Oh ja! Hau her, die Kacke! Du ne, ne Kiste oder sowas? Hm. Noch, Max, mit Schrott machen. Große Kiste. Große Kiste, jei. Haiköter beschäftigt den Haiköter. Hoher Hering oder Seeprasse. Blanke, Blanke. Ach komm, leck mich doch. Ach, ich hasse alles. Ja, die Netze können wir ja glück gesagt echt einmal rumbauen, oder? Ja, das ist prinzipiell wurscht, ja. Auf die andere Seite hinbauen. So, dass es halt mehr bringt. Ja, normalerweise, als ich's gebaut hab, war's da. Also, ist dort dann auch das... Okay. Irgendwie haben wir gedreht. Weiß es nicht. Naja. Irgendwie ist grad auch nicht gerade viel hier. Jetzt hab ich schon wieder Hunger, ey. Wir könnten theoretisch auch mal das Segel einholen. Vielleicht normalisiert sich das irgendwie einigermaßen. Nein, du dummes... Irgendwie nervig, dass man die Vögel nicht killen kann. Ich verstehe aber nicht warum, weil wir haben ja die Vogelschöche da, oder? Ich verstehe das nicht. Ach, Mann, wo... Ach, sammelt's da. Nagel. Ja, blöd, ich hab keinen Nagel. Wo kriegt man Nagel her? Normalerweise... Kannst du herstellen. Durch Schrott, glaub ich. Warte, ich geb den Schrott schnell zurück. Ach, schon. Also, warte, wie viel brauch ich denn? Drei Stück, da kann ich hier... Also, eins, zwei, drei. Und den Rest tu ich da wieder rein. So. Oh, der ist doch entschuldigt. Lol. Ich brauch meine Ofenkartoffel. Hey, du hast... Ja, ich hab grad noch was erlernt. Wunderbar. Ach komm, mach mir die Farbmühle auch noch. Wupp. Empfänger. Jetzt fehlt echt nur noch die Leiterplatte. Mit ner Leiterplatte können wir noch was... Ach, wir können's wieder ernten. Gott sei Dank. So. Braucht frisches Wasser, was? Wer, wer... Ach so, die da, ja klar. So. So. Und dann theoretisch müsste ich doch... Ach, du scheiß Hai, nein. Ah, bleib weg. Die Nerven richtig hört. Ja, nee. Wär's. Hey, warum nimmst du meine Ofenkartoffel? Ach so, sorry. Ja, das ist echt schlimm. Einfach nehmen, was da grad da ist, oder? Ja, natürlich. Mensch, weißt du, ich will mir da irgendwie so ein Essensvorrat, weil ich wirklich... Ich zeig mir... Oh, das ist ein Fass. Zeig mir da angefangen zu spielen. Ich... Mein Essen ist immer bei diesem Strich. Und es dauert keine zwei Sekunden. Und dann... Und dann esse ich wieder was. Und dann mach ich zwei Sekunden was. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen mehr... Oh, die anderen hast du das. Essen. Zu, äh... Zu Herzliches jetzt bin ich schon wieder so weit. Dass ich so... Und ich rennen kann. Guck, hier. So. Ach so. Ich wollte jetzt mal hier ein bisschen... Auffüllen. Hast du die neue Ananas gleich wieder reingeklatscht? Ja, wo reinklatschen denn? Ja... Ja, die... Äh, an der Ananas kann ich da nicht einfach rein, irgendwie. Hecht nicht. Bei Ananas braucht man wieder die Ananas Zamen, komischerweise. Ach so. Keine Ahnung. So. Also wir haben jetzt ne große Truhe. Das ist gut. Oh ja, alles ist schon ein bisschen besser. Wollen wir in die große Truhe dann Essen reintun? Quatsch. Wollen wir in die Truhe daneben? Ich hab überlegt, äh... Äh, dort Baumaterial rein zu tun. Ja. Ne, nehmen wir die kleine Kiste da. Für Essen, glaub ich. Ja, das können wir machen. Das sieht schon mal nicht mal so schlecht aus. Ehrlich, weil ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt dazukommen, da ne Essenskiste zu machen, weil... Ja, du bist nur am Futter. Wenn ich da irgendwas Essen reinhau, musstest du ja nicht sofort essen. Ja, du bist sofort beim Futtern. Ach... Das ist okay. Oder einen zweiten Grill oder sowas bauen, ey. Weil diesen... Ähm... Ja, genau. Einen großen Grill können wir noch eh nicht bauen. Diesen Reiniger, da fehlt uns Glas. Hm... Alter, ich baue jetzt echt einen zweiten Grillschuss drauf. Was, einen zweiten Grill? Kann man keinen großen machen. Ne, können wir noch nicht bauen. Ah... So. Hup. Ah, guck hier, der ist... Massenproduktion. Naja, das... Kann man so sagen, muss man aber nicht. Hast du die neue Rübe, die ich hier eingepflanzt habe, wieder in den Fuß reingeklatscht? Ja. Wir müssen hier... Gut, passt, danke dir. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen angeln gehen hier. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche so Unmengen Holz, damit wir hier mal unser Floß noch weiter erweitern können. Ja, und Holz kriege ich in die Akte gerade gar nicht mehr so richtig. Ja, relativ wenig. Leider. Oh, da kommen viele Fässer gerade. Angeschwommen. Oh, das ist eigentlich gerade ganz geil bei den zwei Krills, muss ich sagen. Das krillt. Oh, scheiße, ich muss was essen. Ach, ja. Oh, das ist viel Holz. Gart. 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 Ich verstehe nur nicht, für was man diesen Scheiß Eimer... Weil Wasser kann man nicht reinfüllen. Welchen Eimer denn? Ja. Den hier. Kann irgendwas hinhalten. Ach so. Das ist irgendwie nur so... Es werden da so ein Wasserfall wäre, dass ich... So. Ah. 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 Auf damit. Guck mal da noch was. Ah, da ist mir nichts drin. Ich hau gleich mal alles, was ich so habe, wirklich in die Kiste, dann würden wir mal irgendwas sammeln, damit wir vielleicht mal mehr bauen können, so. Wirklich die ganze Nacht lang, jetzt sind nur noch Holzfarmen hier. So. Ah. Oh. Sorry. Macht nix. Alles gut. Ah, jetzt hab ich schon wieder Hunger. Ach, da ist ein... Aber wie lange ist es ein Braten? Sag mal, futterst du gerade nicht? Ich habe ganz, ganz viel oder was? Ja, ja, ich höre gerade extrem viel Anfragen. Jetzt musst du es irgendwo rein. Ey. Leute, die greifen die Vogelscheuche an. Okay, die bringt gar nichts. Nee, ich... Ich hab noch keine Truhe gefunden, wo ich irgendwie... Platz hab. Ey, die links neben der großen. Was ist da? Weil da habe ich die ganze Basenmaterialien reingetan. Ja. Naja. Naja. Zug. Darf ich beides essen? Alle beide Rüben? Ja, ja. Ich muss echt hier mal... Von den anderen Trüsten auch noch mal passen, obwohl ich müsste da was essen. Ach Gott, zack. Ich tue hier gleich wieder was reinhauen. Und bewässern am besten. Haben wir hier? Bewässern? Süß was. Jawoll. Weil das ist... Du musst echt schnell sein, damit du hier mal irgendwo... Du musst echt schnell arbeiten. So. Warte, ich baue mal, glaube ich, noch mal ein paar Fangnetze jetzt. Samnetze. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Dann mache ich das jetzt auch mal. Soll ich die da jetzt weiterbauen oder soll ich's jetzt? Ja, wir könnten sie umsetzen jederzeit. Das ist ja nicht so tragisch. Dann baue ich sie jetzt einfach weiter, okay? Ja. Das sieht schön aus. Sobi. Genau, passt wunderbar. Und dann könnte... Wollte ich eigentlich hier. 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 Aber ich kann das nicht nochmal wegbauen, dann mach ich's kaputt, oder? Was? Ja, dass da so einmal so ein Holzding wegbauen, das geht nicht, ne? Scheiße. Also ich könnt's da probieren. Soll ich das weg... Tun. Soll ich das ausprobieren? Einmal so ein Holzding. Guck mal, ob du da nur ein Mentar hast. Hier. Also da, wo ich jetzt stehe. Ja, mach mal lieber eins an den Rand, nicht, dass alles wegfliegt. Also wenn ich da das weg, dann ist das nicht immer... Das ist dann kaputt. Ja, ne, dann lass es, dann ist wurscht. Dann können wir ja auch improvisieren. Weil ich hab gehofft, dass wir einmal komplett rum, so gleichmäßig. Aber gut, dann mach ich das halt lieber hier hin dann. Blanke Seilnägel. Ernten. Jetzt haben wir zwei von den Dingern geerntet. Und jetzt kann ich das gleich wieder reinklatschen. Eh. So. Dann, die da, ist die schon fertig? Nö, die ist leider nicht fertig. Blanke platzieren. Blanke platzieren. In der anderen Truhe sind noch Sachen. Da sind noch die gekriellten Dinger drin. Achso, das braucht Wasser, ja gut. Ja. Ach, wirst du die? Ja, ich will die dann wissen. Ach, wirst du die? Ach, wirst du? Ja, ich will die dann wissen. Ach, zack. Also, High ist erstmal wieder Geschichte. Ach, okay. Bringt es eigentlich dann mehr, wenn wir die braten, die ganzen Dinger? vom Essen her, technisch. Was meinst du? Ja, wenn wir die braten, die so rüben und so, bringt es dann mehr, wenn wir die braten. Ja, ich hoffe doch. Warum hat das Ding da unten nur 70% Gesundheit? Kannst du das reparieren? Was? Oh, Alter, was ist denn hier los? Warum ist das alles voll? Nice. Äh. Ach, das ist doch gut. Kann man da mal wieder? Jawohl, die kann man stacken. Weil. Oh, da kommen wir an jetzt. Man könnte sogar so ein Trophäenbrett jetzt schon. Kommt, haben wir zum Hals, Köpfe dahin klatschen. Ich muss mal wieder was trinken. Schluck, 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 schluck. Nee. Ach, der war tot, ne, der Haar, ne? Der ist wohl, das kann man wieder bissel frätzig. Da wird er gierig. Ich gehe mal runter. Baden, 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 baden. Baden, baden. Oh, wo waren jetzt die Fässer da? Ja doch, Gigard bringt's um eine Geste. Ich hab grad ne Rot-Töffel gegessen. Moment, kann man da jetzt drücken? Und wenn der Hai tot ist, da kannst du richtig aufräumen hier, ne? Das ist richtig geil. Hallo, weg da! Aber das nervt ein bisschen, holy shit. Dass sie jetzt sogar jetzt dieses scheiß Ding angreifen. Sie sind ja total sinnlos, sag ich dann. Weg da! Komm, weg da! Nicht mal frisches Wasser drin und dann... Na. Ich will nicht mal jetzt weg. Weißt du, du machst grad Essenvorrat, oder was? Ja. Das ist sehr, sehr gut. Oh fuck, ich muss mir ein bisschen drauf achten, weil jetzt das Holzblech weg ist bei mir. Scheiße. Ja. Wie ruhig. Ist der wieder da, der Hai? Hast du den mal gesehen? Nö. Tschau nicht mal. Gut. Ich glaube das dauert schon noch. Ich hoffe einfach mal. Wenn keiner auf dem Fluss ist, ist das echt gefährlich, ne? Ich bin wieder auf dem Fluss. Au! Er ist wieder da. Au. Ich hab's grad gehört, ey. Gibt's doch nicht. So. Also ein paar Baumaterialien hab ich gesammelt. Zwar nicht ultra viel, aber... Ich hab schon wieder Hunger. Ich bin nur am Fressen. Oh, das nervt wirklich. Ne, ich komm nicht hinterher mit dem Fressen. Ich auch nicht. Ich koch eigentlich, um den Vorrat zu machen. Aber während dem Kochen muss ich das ganze Essen. Irgendwie totales. Ich ess jetzt alle Rüben, ohne Witz. Sorry. Es muss sein. Wie viel Futter hast denn du? Ja, ich hab ja noch... Also das Problem ist, ich hab viel Essen. Aber ich hab halt nicht genug Holz, um das alles da irgendwie... Ja, Holz ist ein bisschen in der Kiste. Falls du mal unbedingt was brauchst. Ah, okay, ja. Oh ja, die zwei. Muskel ist gebracht. Na, es war wieder ein bisschen Holz. Sehr gut. Also voll übertrieben ist das mit dem Essen hier. Ja, das ist... Na, Gott, da... Also, so wirklich schnell kommst du bei dem Spiel nicht voran, weil du eigentlich wirklich die ganze Zeit nur drauf... Auffrisst, bitte. Aber ich brauch Fressen aus dem Bauen und so ist nicht so schnell, ne? Weil du auch nur das ganze Holz für das Futter brauchst und dann hast du vielleicht mal fünf Holzglatten, vielleicht mal für 20 Sekunden, damit du da, äh... Ja, das stimmt. Oder was bauen kannst, eine Platte bauen kannst. Ne, das Problem ist irgendwie... Uns fehlt jetzt Glas oder die Leiterplatte. Also wir bräuchten, wie gesagt, jetzt mal eine Insel. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir das per Zufall kriegen oder in Fasse drin ist sowieso. Weil wo haben wir die anderen Sachen hin? Herbekommen? Weil wir haben ja Glas schon mal gefunden anscheinend. Ja, ich war... Auf der Insel wahrscheinlich, oder? Geh da hoch! Ich komm mich hoch. Ich find das so... Jedes Mal, wenn du ins Wasser fällst, der ist wirklich... Der spawnt ja direkt vor dir, oder? Es ist wirklich so. Ich kann's mir nicht anders erklären. Du fällst rein und dann steht da mit einem offenen Maul da. Es ist einfach wirklich so. So... Deine Highs gleich verbraten. Falls man das so sagen kann. Oh ja, ich komm mir so ein Highstick mal rein. Nom 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 nom. Oh ja. Sehr gut. Boah, ich glaub es hat sich noch nie. Das Essensding fast voll. Ja, ich bin bei der Hälfte grade. Äh... Das sind ganz... Ich hab ganz viel Möben gehört. Das heißt doch, das ist irgendwo eine Insel, oder? Ich seh keine Insel. Oder sind die... Achso, das Ding ist kaputt. Nein! So. Zack. 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 Ne, ich weiß auch grad nicht, was man jetzt machen soll. Ob man jetzt einfach immer wieder... Immer so bisschen Fangnetze und sowas wieder reinbauen? Ja, die Fangnetze brauchen unbedingt. Gut, weil was anderes können wir grad... Ne, wir brauchen unbedingt mehr Fangnetze. Ich mag... Also... Ja, wir können jetzt theoretisch auch... Äh... So Tische und sowas bauen, aber das sind's glaub ich noch gar nicht. Ne, gar nicht. Null. Also die würd ich echt erst am Ende. Vielleicht mal ein Anker, falls wir mal ne Ding haben. Ah, ja. Anker, was du sagst du was? Ja, das ist richtig bei euch gleich mal. Wurf Anker da. So, Anker ist da. Perfekt. Ach, scheiße. Ich muss noch ein Speer schnell kaufen. Da ist ne Insel. Ach, da muss man... Wo, ich seh's grad nicht. Ah, da, ja. Ja... Hopp. Hab mal... Äh... Die... Ding mal da hin. Ja, komm schon jetzt. Ach gut. So, also diesen... ...gegarten Hai vielleicht so... Entschuldigung, vielleicht? Was für? Für so Notfälle vielleicht. Ach, und was ist denn noch alles drin? Weil ich müsste auch schon wieder essen. Äh... Kartoffeln. Oh, ich merke so richtig, wie wir von dem Zeug weg schwimmen. Naja... Kommen wir ja überhaupt zur Inselkarten? Jaja, wir kommen näher. Warte, ich würde aber vielleicht das Segel ein bisschen anders machen. Aber wir schwimmen von dem... Von dem... Von unserem guten Roh... Äh... Achso, ja, die greifen die... Jetzt verstehe ich. Doch, das bringt schon ein bisschen was. Achso, die greifen die Vogelscheuche an und nicht das... Ja, genau. Achso. Na gut, na gut, wenn wir es losgehen. Aber manchmal halt... Ich glaube nicht immer nur hin und wieder mal. Da können wir mal wieder was rein... Wolltest du nicht den da eigentlich, äh... Umsetzen? Ja, wollte ich auch. Aber da war jetzt immer wieder was drin. Boah, weil ich wohl gerade... Ach scheiße, jetzt haben wir noch gar nicht gegossen hier. Ah... Fatal. So, perfekt. Oh nein, gleich was reinklatschen. Hast du noch was? Mal reinklatschen. Jo. Was sagst du zu meinem Vorrat? Hast du mal reingeguckt? Ne. Auch nicht. Moment. Große Truhe. Anker haben wir. Anker haben wir. Anker haben wir. Ich begebe mich mal ans Steuer. Du, 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 du. Ah! Jetzt geh da hoch. Ne, jetzt hab ich schon wieder Durst. Bitte lass was beim Trinken drin sein. Bitte lass was beim Trinken drin sein. Nein! Das müssen wir doch innen auf. Ja, ich hab grad getrunken. Das gibt's doch nicht. Hä, wo ist die Insel hin? Ach da. Wo ist die Insel hin? Direkt davor. Vielleicht brauchen wir doch keinen Anker. Vielleicht brauchen wir doch keinen Anker. Vielleicht brauchen wir gar keinen Anker. Wenn wir genau dagegen fahren, brauchen wir vielleicht keinen Anker. Ja, aber... World Max dann da umschwimmen. Oh. Wir gehen da so ein bisschen vorbei, okay. Komm schon. Süßwasser. So. Wir kratzen da Kaffee. Wir kratzen da Kaffee. Essen. Planke platzieren. Meine Presse. So. Das Wasser ist... Ah, da hast du noch nicht nachgefüllt. Ja, weil ich erstmal andere Problem hatte. Ne, nein, ich werde. Äh, okay. Ich glaub wir brauchen doch... Ah! Ach so, ja gut, ist okay. Ja, geht trotzdem. Soll ich den... Anker setzen? Was? Warte. So. So, der Anker ist draußen. Anker. Oh. Ich dachte wir waren noch näher bei der... Ah, ah, ah. Ein Hai-Eingriffe hilft mir ja zum Glück. Ah, ich habe ja jetzt meine Steinachs. Jawohl. Oh, ist hier... Die weißen Blumen lassen wir alle weg. Gar nicht. Hier ist gar nicht. Lass mal alle weg, oder? Die weißen Blumen... Kokosnuss. Gelbe Blume, weiße Blume, Kokosnuss, Kokosnuss. Ah, hier kann man auch was. Rote Blume, rote Blume, brauchst du alles nicht. Waste Melone, Waste Melone. Ananas. Schwarze Blume. Wee, hai, weh, du greifst jetzt um. Ja, hier ist noch ein Baum. Rote, rote, die ganzen Blumen, die... Diese ganzen Blumen, die bringen es irgendwie grad gar nicht eigentlich. Weil, was wollen wir denn mit... Weiß nicht. Aber man, hier war's... Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Scheiß... ...Insel gefunden. Da ist es so eine Lippeninsel. Obwohl, da ist ein bisschen Schrott. Ja, Stein, Schrott, so ist in die Richtung. Also... Oh ja, doch, da ist schon was. Da muss aber so drauf... Mit Ton! Oh, da können wir zum Beispiel gleich mal erforschen, ja. Ne, okay, die Installation... Doch, bis loskommt. Oh, das ganz viel. Ich nehme mal alles mit, weil ich weiß nicht sowas. Ah, jetzt werde ich angegriffen. Shit. Du schaffst das schon. Naja. Ich war auch alles gut. Oh, ich krieg verknüpft mir. Lässt du das alles fallen? Achtung! Achso, lol, weil ich nichts für keinen Platz mehr hab. Ja, das ist alles verfallen gelassen. Ist doch kakul. 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 Nein, nicht aufs B, du blöde Kuh! Weg da! Weg du blöde! Ich tue das immer ernten hier. So. Ich tue den ganzen Shit mal. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Stein kommt da hin. Schrott kommt da hin. Das kommt da hin. So, erstmal unter Wasser... Ne, was müssen wir nur essen? Au, au, au! Ton? Ich hab Sand. Ich hab auch Sand, ne? Ja. Ich hab auch bisschen Sand sonst was. Einfach alles erforschen. Ah, wir werden angegriffen. Ja, gut, das wird kaputt sein, weil ich kann grad nix machen. Hm. Ach, du hast ja keine Speer, ne? Ne, das muss ich mal machen. Und wir sollten vielleicht sicherheitshalber mal ein, äh, Bett bauen. Wenn einer mal stirbt. Doch, blöder weißt du. Ja, ja. Ja. Wär nicht schlecht. So, ich glaub ich hab da jetzt eigentlich... Gut, alles mitgenommen. Oh, ne, da ist noch was. Ja, nehmen wir einfach mal ganz viel Sand und somit wird schon was. Ja, alles mitnehmen. Alles was geht. Da kann man schon Siegel und so was machen. Oh, da ist noch mal ganz viel, ja. Bisschen Sauerstoff holen. Wo kann man unter Wasser? Einmal kann unter Wasser theoretisch kämpfen. Ach so, das geht, oder wie? Ja, mein Ding ist kaputt. Nein. So, jetzt mal croften unter Wasser. Ah. Oder was? So. Oh, die Vogelscheuche ist kaputt. Deswegen. Ach, kann man die gar nicht reparieren? Äh, doch. Weg da. Alter ist richtig viel Schott hier, das ist richtig. Ganz gar nicht. Uah, nein, 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 nein. Da kann ich so... Au. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ehrlich? Warte, ich komme aufs Schluss zurück. Also, ich kann es nicht reparieren. Ich kann es nicht reparieren. Ich kann es nicht reparieren. Mhm, ich mache hier gerade wieder alles frisch. Hast du schon erforscht? Nee, was denn? Warte natürlich mal schnell Ton rein. Erforschen. Tonschale. Tonschale. Naja. Äh... Das haben wir ja auch schon gehabt. Genau. Dann. Sand. Gut, Sand kann man nicht erforschen. Schaden. Schaden. Und ansonsten. Hm. Jo, gut. Warte, 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 warte. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz... Nassen Ziegel. Zack. Mit Ton. Ach. Oh Gottchen. Essen. 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 Oh Gott. Das ist ja so bescheuert. Gleich wieder essen. So viel rote Rüben, das kenne ich ja nicht. Und wir müssen die Folge wieder beenden. Das ist wieder so weit, ne? Ja. Nein, hau... So. Zeig mal, was du da rum hast. Uh, ja. Ich hab grad... Ich hab grad Holz rausgenommen, weil ich eben hier grad koche. Deswegen... Ja, warte, ich kann da ganz viel Schrott rein tun und so. Also ist alles das Decken. Alles, was du hast, ist das Decken. Und dann... Ja. Und alles, was noch nicht erforscht, ist erforschen. Weil ich weiß, das ist auch, gell? Ich hab gar nicht was, wie alles erforscht haben wir das nicht. Ich glaub, wir haben jetzt schon alles... Wer die Kokosnuss? Wer die Kokosnuss? Wer die Kokosnuss? Wer die Kokosnuss? Ich hab die Kokosnuss. Ahja, was, was wir nun sagen? Das kann man da auch reinhauen. Ich hab hier mal ein Siegel hingelegt zum Trock. Keine Ahnung. Aber anscheinend muss man da jeden einzelnen Siegel selber... Ach du Scheiße. Das ist... Wir brauchen eine Vogelscheuche. Wir brauchen eine neue. Kann man die einfach... ...reparieren? Geht auch nicht, ne? Ja, wir werden angegriffen. Ich brauche mir jetzt aber einen Speer, weil... Seil brauche ich da. Drei Stück. Für was brauche ich beim Sperren? Seil. Wozu? Damit man den... ...Sperr... ...werfen kann. Alles klar. Aber ganz ehrlich, die Bäume haben auch nicht so viel... ...äh... ...Holz dazu gebracht. Ach komm. Keine Ahnung. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Ah, erstmal wieder trinken. Passt. Da wieder was rein. Da gibt es noch voll. Da gibt es noch ein paar Nägel. Gut. Für die große Anbaufläche brauchen wir Nägel und Scharnier. Göttchen. Ach Göttchen. Ach Göttchen. So. Genau, da ist ein Piech. Oh. So. So. Weit ist alles. drin. Das wächst hier noch alles schön für sich hin. So. Blankerplatz. Das ist ja schon wieder Tag. So haben wir hier nochmal. Insel haben wir da jetzt alles oder so mal weiter. Ne. Theoretisch ist da wahrscheinlich. Was theoretisch ist da noch was. Zum abbauen halt so Sand und Ton. Ein bisschen Schrott wahrscheinlich auch noch. Ja. Also man könnte vielleicht nochmal. Spieren. Ja. Was. Ich gehe nochmal auf Jagd. Schau mal. Ja. Wenn du dich wirklich nur ums Essen beschäftigst. Du hättest gar keine Zeit um was anders zu machen. Ne. Es geht nicht. Ich mache auch fast nichts anderes mehr. Ja. Ich gerade eben auch nicht. Das ist. Keine Chance. Wir müssen jetzt die Folge wenden. Unbedingt. Shit. Achso. Scheiße. Wollen wir jetzt einfach so wenden wie es ist. Oder kommst du schnell her. Oder. Ja. Ich komme schnell. Ich habe gerade angegriffen. Den Daumen. Aber ich lieber mal kurz her. Ne. Irgendwie das ist. Mit dem Hai ist es ziemlich nervig. Da irgendwas zu machen. Ja. Und das ist der. Der Heiser von mir wieder ganz hinterm Floß. Ja. Der Spawned einfach immer da wo man gerade ist. So ein Trick. Aber warte ich kann jetzt schnell noch schnell die anderen Nossen. Du hast. So. Passt perfekt. Perfekt. Genau. Das wäre ich auch bereit. So. Ich bin überhaupt mal. Das hier. Ja. So. Gut. Sollen wir entfernen. Sollen wir weiterfahren. Hä? Ich entferne jetzt den Anker. Ja. So. Und damit würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 So.